Hallo Kinder, da ist der Michael Lillen vom WRC. Ja, Lockdown ist ganz, ganz schwierige Phase für uns alle, speziell für euch Kinder glaube ich, weil ihr einfach nicht raus dürft und Spaß haben dürft, speziell beim Fußballspielen kann Spaß haben dürft, aber nichtsdestotrotz versucht, dass rauskommt, versucht, dass draußen ein bisschen zum Fußballspielen kommt und euch bewegt. Ich glaube, lasst euch was einfallen draußen, auch wenn es nicht so schön ist, aber trotzdem raus mit euch. Im äußersten Notfall schaut einfach, dass die Vase von der Mama vielleicht noch ganz bleibt im Wohnzimmer und ja, dass sie nicht ganz so viel schimpft, wenn ihr hierinnen spielt. Ansonsten raus mit euch, bewegt euch, habt trotzdem irgendwie Spaß und seid kreativ, lasst euch was einfallen, wenn ihr draußen euch bewegt und vor allem Fußball spielt. Ja, dazu wünsche ich euch alles, alles Gute und früher oder später werden wir wieder alle raus dürfen und auch ihr wieder dürft dann wieder Spaß zusammen haben am Fußballplatz, was das Wichtigste ist, was mich sehr, sehr freuen würde. Somit wünsche ich euch allen frohe Weihnachten, ein braves Christkind und auf bessere Zeiten, die werden zu 100 Prozent kommen und ihr werdet dann auch wieder draußen Fußball spielen. Somit viel, viel Spaß weiterhin, bleibt stark und alles Gute, euer Michelin. Ciao!